Herzlich Willkommen zu einer Runde UHC Run auf ApiCube Binder112 mit DaniPlays Hallo Wir haben gerade aus Mainsoft gespielt und wir waren da richtig schön zerhackt Vielleicht schneide ich das ein... Also ich habe Prot 3 auf allen Teilen außerhalb der Hose, da habe ich Prot 2 und auf dem Schwert habe ich Sharp 3 mit Verbrennung und Dani hat, was hast du, Sharp 4, Rückstoß, Verbrennung und überall Prot 2 mindestens Ja Ah, man kann nicht so hoch bauen Ah, Diamant-Pferd-Rüstung Nein Ich weiß halt nicht, ich mache es auf Heide ist halt wirklich 4k Vor allem bei unserem Equipment Achtung Ach, ich baue ja so eine schöne Plattform zu können StT ist ja mal mega scheiße Ja, hab ich doch gesagt. Oh, er hat ein Buch. Ja, ich lass das Buch mal liegen. Ja. Es ist halt richtig schwach, muss man sagen, auf FAQ, auf jemanden, der nicht im TNT blockt. Vor allem, du hattest ihn ja auch schon gehittet, gell? Ja. Er wär halt safe, darum gewesen auf FAQ. Hä? Hat der Hex an? Der hat Hex an! Nein, 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 das kannst du jetzt nicht... Ach man, wenn er jetzt verbrannt wäre. Ach nein, der andere, kacke. Oh, der Arthur ist glaub ich online gekommen. Ich hab ich geportet, instant kommt jemand, ja. Verliebt nur ein bisschen. Verbrannt der Mod den eigentlich. Hä? Es war anscheinend auch kein Mod. Nein, 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 nein. Ach nein, nein. Nein, nein. Dann hab ich auch gesagt, dass er kommt. Kann ich nicht sehen. Hä.. Sorry War auf jeden Fall dann zum Ende hin sehr schön Willst du ein Gift tragen? Nee nee Ah ok Ich würd an der Stelle jetzt gappen Es leben ja nur so wenige noch Ja Aber ich seh trotzdem halt keinen Da ist jemand Ok Hab ihn Da hinten ist noch einer dann Und zwar ich gebe ja ein paar Gaps Los Sitzwasser 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 Ach man Ach als ob Ja da unten ist er Er glüht jetzt Verdammt irgendwo war doch der Cape Eingang Ja da unten Ja da unten Ja wo glüht Hä? Ich glaube hier ungefähr So wir brauchen Obwohl Schaufeln uns hier O Ach genau Null Kills 20 Damage Vielen Dank.